Belgische wirtschaftliche Akteure, Haushalte, Unternehmen oder öffentliche Verwaltungen handeln miteinander, aber auch mit anderen Ländern. Sie werden als gebietsansässig bezeichnet, wenn sie in Belgien wohnen oder niedergelassen sind und als gebietsfremden, wenn sie im Ausland wohnen oder niedergelassen sind. Alpharm ist eine Gruppe der belgischen, chemischen und pharmazeutischen Industrie, die einen großen Teil ihrer Produktion ins Ausland exportiert. Alpharm will ein neues Medikament in einer besser auf den Patienten abgestimmten Verpackung herstellen und vermarkten. Zur Ausstattung ihrer neuen Verpackungslinie beschließt die Gruppe, eine Werkzeugmaschine aus dem Ausland für ihr Werk in Belgien zu importieren. Dank dieses Imports produziert die Alpharm-Gruppe ihr neues Medikament, das sie zum Teil ins Ausland exportieren kann. Das Maschinenpersonal muss jedoch in der Bedienung und Wartung der Maschinen geschult werden. Daher entsendet der ausländische Werkzeugmaschinenverkäufer einen Techniker zur Schulung dieses Personals. Es handelt sich hier um einen Import von Dienstleistungen durch die in Belgien niedergelassene Alpharm-Gruppe. Diese sind bei weitem nicht die einzigen Transaktionen zwischen Belgien und dem Rest der Welt. Der Außenhandel nimmt einen immer wichtigeren Platz ein. Und die Art und Weise, wie Waren und Dienstleistungen produziert und im Ausland verkauft werden, ändert sich. Anstatt Medikamente in Belgien herzustellen und dann zu exportieren, kann Alpharm auch ein Tochterunternehmen vor Ort gründen, das seine Erzeugnisse direkt in diesem Land verkauft. Damit tätigt die Gruppe eine Direktinvestition im Ausland. Im Gegenzug wird ein Teil der Gewinne des Tochterunternehmens nach Belgien zurückkehren. Zur Finanzierung des Bau ihres Werkes im Ausland kann die belgische Gruppe sich entscheiden, einen Kredit bei einer Bank mit Sitz im selben Land aufzunehmen. Dieses Tochterunternehmen wird in der Lage sein, in seinem Produktionsprozess Wirkstoffe zu verwenden, die in Belgien von einem anderen Unternehmen hergestellt werden. Nicht nur Unternehmen oder Banken beteiligen sich am internationalen Handel. Jedes Jahr kommen viele Touristen nach Belgien und geben hier Geld aus, zum Beispiel in Hotels und Restaurants. Für die belgische Wirtschaft bedeutet dies einen Export von Dienstleistungen. Andere Personen, die sogenannte Grenzgänger, leben in Belgien, aber arbeiten im Ausland. Die Löhne, die sie in den Nachbarländern Belgiens verdienen, sind Einnahmen. Doch das ist nicht alles. Mit der internationalen Öffnung der Märkte hat der Geldfluss zwischen in Belgien ansässigen und nicht ansässigen Personen sogar ein ganz anderes Ausmaß angenommen. Viele belgische Haushalte haben nämlich einen Teil ihrer Ersparnisse in Finanzprodukte bei ihrer Bank investiert. Die Bank kann einen Teil der gesammelten Beträge in ausländische Vermögenswerte, wie zum Beispiel Aktien nicht ansässiger Unternehmen investieren. Die Bank erhält damit selbst Einnahmen, die sie an die Haushalte zurückzahlt, die die Finanzprodukte gezeichnet haben. Alle derartige Transaktionen zwischen ansässigen und nicht ansässigen Personen werden in einem statistischen Dokument, nämlich der Zahlungsbilanz zusammengefasst, das in allen Ländern im gleichen Format vorliegt. Die blauen Pfeile stellen die Leistungsbilanzströme der Zahlungsbilanz dar, das heißt die Ströme von Waren, Dienstleistungen und Einkommen. Die ausgehenden Pfeile stellen die Einnahmen für Belgien dar, während die eingehenden Pfeile die Ausgaben darstellen. Die orangen Pfeile stellen die Ströme des Vermögensänderungskontos dar, die An- und Verkauf von nicht produziertem Sachvermögen wie Lizenzen, Markennamen oder Firmenwert enthalten. Die grünen Pfeile stellen die Ströme der Kapitalbilanz dar. Wenn die Einnahmen die Ausgaben in der Leistungsbilanz übersteigen, gibt es einen Überschuss. Dieser Leistungsbilanzüberschuss ermöglicht es, im Ausland zu investieren. Umgekehrt, wenn die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, sprechen wir von einem Leistungsbilanzdefizit. Dieses Defizit muss durch Aufnahme von Krediten oder Verkauf von Vermögenswerten an Gebietsfremden finanziert werden. Ein chronisches Leistungsbilanzdefizit, insbesondere für Waren und Dienstleistungen, kann auf eine unzureichende Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen sein. Dies ist der Fall, wenn die Produzenten eines Landes Schwierigkeiten erfahren, um auf internationaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein. Ein Land, das zu wenig wettbewerbsfähig ist, riskiert immer wieder große Defizite anzuhäufen. Die Schulden gegenüber dem Rest der Welt nehmen dann allmählich zu. Wenn diese Verschuldung zu hoch wird, schwächt sich seine finanzielle Situation ab, was die Investitionen in diesem Land entmutigen kann. Im Extremfall kann das Leistungsbilanzdefizit nicht mehr finanziert werden. Das Land muss dann schnell Überschüsse erzielen, was jedoch die Wahrscheinlichkeit heftiger Anpassungen der Produktion und der Beschäftigung erhöht. Deshalb wurde in der Europäischen Union die Überwachung und Prävention dieser makroökonomischen Ungleichgewichte verstärkt. Dies basiert in erster Linie auf der Erstellung qualitativ hochwertiger Statistiken. In Belgien ist die Belgische Nationalbank für die Erstellung der Zahlungsbilanz verantwortlich. Zu diesem Zweck befragt sie die wirtschaftlichen Akteure in Belgien. Die von der Belgischen Nationalbank erstellten Zahlungsbilanzdaten sind für Bürger, politische Entscheidungsträger und Forscher sehr hilfreich, um zu verstehen, wie Belgien sich in die Globalisierung integriert und um die Gleichgewichte und Ungleichgewichte im Außenhandel zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Belgischen Nationalbank.